yo guten morgen kenners rdlp hier und weiter geht's mit der hausparty ja im letzten video habe ich leider auf die fresse bekommen und ich weiß nicht genau wann ich gespeichert habe ich guck mal kurz ja toll also ich muss alles so mal noch hin you know what and me take you up on that after all against my better judgment my boyfriend ist did you need something not off the top of my head but if you ever call me that again did you need something jetzt muss ich eben speichern 2 sorry leute dass ich jetzt gerade nichts gesagt habe so lange habe ich noch nie die schnauze gehalten aber ich wusste eben nicht konzentrieren und so weißt du dies das jenes und so weiter ja genau opportunities habe ich das schon ich brauche memories sorry ja gut das habe ich perfekt habe ich das mit dem inventar schon ja habe ich präpariertes oder das ist schlecht ich hätte alkohol präparieren müssen wir machen genau dasselbe jetzt ist es geht nicht anders ja genau du würdest deine den linken kleinen c hergeben genau wissen es oh i'm interesting as far was that a slur in your speech i heard also i'm gonna fuck his shit off perfekt so wir machen exakt dasselbe und diesmal warten wir warte mal er ist doch jetzt weg oder nicht es ist bloß zu wenig weit weg halt die fresse ich bin hier gerade am alkohol snacken bloß weg hier das habe ich richtig geil gemacht fuck wo ist dein alkohol junge ich bin so ein genius alter das speicher ich erstmal ich hoffe das war das konnte he didn't seem takes the boost but should i hope i'm good enough standing before man anyone has to ja gut also mich wird ja wohl keiner verpetzen oder kann ich da noch mal nachtreten ich speicher jetzt erstmal so easy kann das gehen leute auf jeden fall habe ich jetzt ein drink am start ich werde dann frank ich darf genau das habe ich vergessen ich darf ihn ja noch nicht krank machen mit der soda erstmal muss ich gras von ihm kaufen und sobald ich das erledigt habe werde ich ihn krank machen mit der soda caffeine du musst woanders ach fuck dass er sich erstmal vor biegen in dicks hat bei fünf schuhe herst du bestätigt wird zu ihr phone denke dass frank auf die steht habe ich rum ja ich glaube ich habe rum ok okay okay hey dude my fucking boos stash has been raided word around here is it you're kind of shady bro so in the spirit of fucking vigilance i've got to trust the completely random unsubstantiated gossip i heard about you and my gut ach komm alter will er mich jetzt schon wieder verhauen oder was oh gott alter der lässt mir auch nie in ruhe ich glaube jetzt das ganze aus alter kann mich mal am arsch leckende typ kann mich ja schlecht im whirlpool verpugeln das problem ist ich habe gespeichert ich glaube ich habe es jetzt voll verkackt was mache ich jetzt ich glaube ich habe das game wieder versaut oh my god ich glaube ich bin am arsch ja ich wollte mich besaufen na toll was mache ich denn jetzt ja mich hat irgend so ein penner verpetzt alter was soll ich denn machen alter was ist denn das für ein saftladen hier alter Überall Snitches, man, das ist doch scheiße. Ja, Patrick, Alter, da hinten auf der Couch. Na, der ist doch viel verdächtiger als ich. Ich habe ganze Zeit gesagt, dass ich nichts trinken will. Ganze Zeit schon im Let's Play. Fuck off, Alter. Ich habe eine Idee. Das ist RDLP 2, ne? Ich nehme mich auch mit. Ich schließe mir jetzt ein Bad ein. Ja, das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein. Keine Ahnung, wir reden jetzt erstmal mit dir. Ah, stimmt. Stimmt. Und ich habe ja noch eine Aufgabe mit Britney Spears. Ich habe eine Tür gehört. Geil, ich habe es voll hinbekommen, Alter. Ich spiele das ganze Spiel heute noch durch. Fuck, Alter. Frank, der sucht mich safe. Oh, Ashley steht auch auf mich. Das stimmt, Alter. Warte, ich kann ja auch noch. Wie komme ich denn da wieder raus, das ist der Scheiße. Digga, ohne Witz, der haut mir ja jetzt permanent aufs Maul. Der weiß ja sofort, wo ich bin. Rieche ich so nach Alkohol oder was? Autosave könnte ich starten. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Ich hätte den Schrank wieder zumachen sollen. Ja, okay. Ja, ja, okay. What the fuck? Was habe ich gedrückt? What the fuck? Geh weg. Willkommen zu Saus. Party, comment, consult, type, help. Verpiss dich, Alter. Was ist mit dir? Scheiße, Alter. Das läuft ja gar nicht hier. Hä, ich will das hier weg. Ja, Alter. Junge, was habe ich jetzt kaputt gemacht? Ganz ehrlich. Das Video ist ja ein Haufen Grützel. Ich habe irgendeine scheiß Taste gedrückt. Ah, okay. Ich habe gerade irgendwelche Tasten gedrückt. So, save, load game. Ja, ich nehme das Autosave-Fall. Ja, sorry Leute, dass die Folge so verkorkst ist. Vielleicht findet die auch jemand funny. Ich weiß es nicht. Ich finde die gerade ziemlich lame. Aber was soll ich machen? Ich kriege ja die ganze Zeit nur auf die Fresse. Aber es läuft eigentlich. Also ich habe jetzt Autosave an. Dann werde ich gucken, dass niemand... Also... Ich muss ja nicht sofort den Alkohol klauen, weißt du? Ich warte erstmal, bis da keiner im Raum ist, der mich verpetzen könnte. Bis Patrick irgendwie draußen ist, damit Frank da hinläuft. Und dann klaue ich den Alkohol. Und dann richtig, Alter. Das ist eine kluge Idee. Ja, das ist gut. Was stand da gerade? Ich kann mit P ein gewisses Körperteil zum Vorschein bringen. So, mal gucken. Ich glaube, Caffeine ist da noch gar nicht drin. Okay, das muss ich alles nochmal machen. Okay, da ist kurz. Schrank ist noch da. Okay, alles gut. Echt? Ich will ein wenig Orangentraff trinken. Ja, auf jeden Fall tue ich das. Alter, Orangentraff kickt rein, Alter. Vitamin D und so. Weißt du? So. Hier, da unten tankst einer halbnackig rum. Du brauchst dich nicht mehr hier verkrümeln. Ja, ich bin ein toller Hecht. So, jetzt habe ich leider keinen Alkohol. Ich wollte ja Ashley auch noch abfüllen. Ähm, was habe ich eigentlich noch für Aufgaben? Opportunities? Schnitzenjagd? Die interessiert mich nicht. Die Thermoskanne juckt mich auch nicht. Ähm. Genau. Unruhe stiften. Okay. Ja, also, Unruhe gestiftet habe ich doch wohl. Okay. Genau, ich muss auch noch 50 Dollar auftreiben. Ich weiß bloß nicht wo. Kann die... Britney Spears, Alter. Du hast doch Milliarden auf der Bank, Alter. Du hast Milliarden in deiner Hosentasche. Gib mir mal ein bisschen. Ja, zwei Herzchen, Alter. Die feiert mich, Alter, als Einzige hier. Ähm, pretty fucking sexy. Sexy auch noch. Ja, gerne noch, Ashley. Wenn ich dir noch Grasbesorge, Alter, dann landest du auf jeden Fall vorm Altar mit mir. So. Ja, das ist ein ganz schlechter Spot, Patrick. Du musst nach draußen gehen. Ich speichere jetzt erstmal. Das läuft ja nicht ganz gut gerade. Ja, ich möchte das überschreiben. Dankeschön. Wer ist die Schachtel? Oh, Britney, hey. Hey, again. How's it going? Möchtest du mich zum Whirlpool begleiten, ey? Die Grüße. Achso, nee. Zum Whirlpool. Ah, ich weiß ja nicht. Hey, Mann, ich habe gerade die Party gerettet. Weißt du was, Alter? Achso, stimmt. Sie machte das gar nicht. Ja, also ich würde das feiern, Alter, wenn sich jemand auf der Party aussieht und komisch anfängt zu tanzen. Na, hallo, drauf zu tanzen. So. Patrick, du musst da draußen. Ich will jetzt den Alkohol klauen. So. Äh. Ich kann nichts sagen. Ähm. Hey, Rachel. Du wieder? Jetzt was? Geräuslich? Was ist mein Sign? Das ist das Beste, was du mitbekommen kannst. Geheilt, Alter. Nicht mal so ein Lamy will die ersten Scheiß-Vegetarier, Alter. Oh, Patrick ist da weg. So. Wo ist Patrick? Ist da draußen, dass wir ein Träumchen, Alter. Ist mir scheißegal, wo der ist. Weil. Weil. Wie geht's dir, Mann? Oh, ich bin interessant als fuck. War das ein Schlürger in deinem Sprache, was ich hörte? Ich werde deinen Schein auf. Ich meine, jetzt gibt es keine Zeugen, oder? Das müsst ihr eigentlich hinhauen. Ich hätte vielleicht noch mehr klauen können, aber das passt jetzt erstmal. Wo ist der eigentlich? Okay. Fehltradrealm jetzt auf die fresse gehauen. Ist ja auch egal. Ich hätte noch mehr klauen können, ganz ehrlich, aber ich wusste halt nicht. Okay, ich hoffe, das hat hingehauen. Aber diesmal kann mich ja keiner verpetzen, weil es war keine Sau da, oder? sehe ich das jetzt falsch. Also wenn das jetzt wieder in die Hose geht, weiß ich auch nicht. Warte, hat er ihn jetzt eigentlich verprügelt? Ist ja auch egal. Wer bist du? Achso, das ist Amy. Oh, Amy, weißt du was? Ja, ich bin ein toller Tech auf jeden Fall. Hello again! Bist du Obi-Wan Kenobi oder was? Art? My dad is a curator of an art museum and my mom is a big photographer from the 80s. I've never heard of any party that requires a sculpture. Should I have made a sculpture? Is this a bring your own sculpture party? Ja. Miss? What? Was? Ich hoffe, niemand hat die Pinguin aus der Garage geholt. Doch ich den Ashley reingeschleppt hatte. Ich habe sie gefragt. Das ist das, was ich als Basis für meine Skulptur verwenden würde. Aber sie schien das Ding ein wenig zu sehr zu mögen. Ich will gar nicht wissen, was sie mit dem Pinguin gemacht haben. Ein Hyper-All? Was ist das denn? Malis oder was? Willst du mein Freund sein? Wie viele dieser Pillen hast du da? Wie viele von ihnen, wie ich brauche. Das ist alles, was ich auf dem Thema sagen muss. Hey, Mann! Mein fucking Boo-Stasch wurde verratet. Das Wort hier hier ist, dass du ein bisschen schade bist, Bro. Also in der spirit der fucking Vigilanz, habe ich das komplett random, unsubstantiate Gossip gehört über dich. Und mein Gehirn. Mostly mein Gehirn. Es hat mich nie den falschen Weg stehert. Zumindest Diesmal wehre ich mich. Wichser, Alter. Fick dich. Der ist nicht klein zu kriegen. Okay. Leute, das war's leider für dieses Video. Ähm. Wir machen im nächsten Video weiter. Ich hab nur auf die Fresse bekommen. So kommen wir leider nicht an den Alkohol. Frank muss ganz weg. Der Junge muss ganz weg. Das ist scheiße. Oder ich klau nur ein Bier. Ich weiß halt nicht, ob das klappt. Ich mein, ich hab den Schrank wieder zugemacht und so. Ja komm, das will ich noch ausprobieren. Das will ich noch ausprobieren. Oder wir lassen es erst mal mit dem Alkohol. Scheiß drauf. Ja, du mit deinen Kirschen hier, Alter. Ohne Witz. Gehst du mir richtig auf den Senkel. Das kannst du mir mal glauben. Ach, die sind beste Freunde. Hallo Maja. Sie heißt gar nicht Maja, ne? Wie heißt sie nochmal? Amy, genau. Fake Amy. Ja, so ne Scheiße, Alter. Was mach ich denn jetzt? Ja, Video geht schon lange, glaube ich. Ja, wir probieren das jetzt nochmal mit einem Bier klauen. Ich darf nicht zu gierig sein. Ich darf nicht direkt den halben Schrank mitnehmen. Ist jetzt aber auch das letzte, was ich ausprobieren werde. Alter, ich spiele auch echt lange lebt, wenn ich auf die Fresse bekommen habe. Jaaaa. 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 Kannst du mal laden, bitte. Ach komm, Alter. Kann jetzt nicht sein. Mann, da ist Patrick ja schnell am Sprint in dem Zustand da hinten auf der Couch. Was weiß ich, wo ich stehen geblieben war. Oh mein Gott, drückt weh. Habe ich die alte schon nach unten geholt? Ja perfekt. Ich habe gut gespeichert. Ich habe gut gespeichert. Ich muss ihn warten, bis der raus geht. Warte, ich besorge mir erstmal Pillen. Ach, das Video kann ruhig ein bisschen länger gehören. Scheiß drauf. Ja, absolut. Die ist eigentlich auch gechillt, Amy. Die hockt das auch nicht. Hallo again. So. Bla 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 bla. Hey, gib mir die Pillen, Alter. Was ist mit dir? Die Erde ist eine Scheibe. flat and somewhere medicine's fine special or at least maybe comfortable scheiße jetzt ist hier mit boxershorts drin mann so patrick bist du weg also ich spreche erstmal muss ich das nicht nochmal machen das ist klug ehrlich das ist kluges verhalten ja absolut mann patrick verpiss dich jetzt jetzt nicht nur er muss ihn verpissen warte darfst du die thermos kann oder nicht das ist die thermoskanne digga dann hole ich erstmal die thermoskanne schlau ich glaube nicht dass er das spitz kriegt ich hole jetzt nur die thermoskanne raus oder ein bier kommen wir nehmen ein bier bei alter dann könnte ich mich bei rachel endlich mal einschleimen junge patrick verpiss dich jetzt oder ich hole dich auf die fresse das video geht schon viel zu lange alter chillt hier jetzt gerade jemand ne was soll ich tun leute eine thermoskanne klauen oder das ein bierchen glaube ich glaube ein bierchen switchblade was frank patrick ist patrick jetzt sind okay patrick tocknet nach draußen so let's go alter jetzt aber das hinterste bier maybe he won't suspect me was 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 moment mal frank was watching this car strong outhang might he might notice if i take too much maybe he won't suspect me if he and everyone else at the party thinks i'm so shit okay okay also ein bierchen sollte fit gehen das gebe ich jetzt erstmal so patrick ist auf jeden fall wieder verprügelt ich habe nur ein bierchen geklaut alter das ist schon schwach aber was soll ich machen okay ähm Ashley wo bist du da bist du du talkest dich auch schon ganz schön rum ne Ashley ich glaube die braucht noch ein bier die kommt richtig und fahrt leute ihr solltet ihr einen tisch machen meine ehrliche meinung ist er kommt das ist familie sollten reinen tisch machen ich habe keinen bier gehabt jeweils nein meine schwester hat noch nie mayonaise meinen verdammten bejahd getan das gehen die mir auch scheiß drauf werdet ihr sagen wie ich mich im moment verpf... pünktchen 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 nochmal fühle ich werde das jetzt hix... okay Junge jetzt ist hier richtig Stress ähm ähm äh du bist voll ins feuer gefallen ja fuck Madison Junge die ist besoffen von vier Radler ob das meine Traumfrau ist ich weiß ja nicht da steht sie übrigens die Madison okay Frank merkt das nicht wenn ich nur ein Bier klaue das ist gut das will ich mir auf jeden fall angucken Madison hey Madison ich habe etwas zu sagen Ash oh Jesus du riechst von Bösen wie verdient du bist du bekommst das du verdienst Madison shut up about the alcohol smell this is the smell of pure fucking bullshit das war die falsche Antwort fuck this fuck this oh mein Gott ich muss mich mal für eine entscheiden ich versuche hier alle gegeneinander auszuspielen gehen wir voll auf Ashley ja komm alter die ist besoffen wir gehen auf Ashley ja komm sie ist vergastgeberin scheiß du auf lasst Stress machen komm Leute lasst jetzt mal Action hier rein bringen oh Derek der Larry macht wieder alles kaputt alter ja echt so Zickenkrieg oh oh jetzt gehts ja ok show us what you got ladies warum schmeichel Ashley warum haben wir jetzt tausend opportunities gemisst das läuft doch nicht schlecht ich checke jetzt bloß die warum ich opportunities gemisst habe schmeichel Ashley die da fuck alter oh my god vielleicht habe ich jetzt bei Ashley verkackt ähm ähm kann ich nicht wieder einmal aufhören ok ich habe eine Eurungenschaft freigeschaltet das ist ja schon mal nicht schlecht wie siehts bei dir aus wie siehts bei dir aus ja gut äh was soll ich jetzt machen warte mal Patrick wurde hier verprügelt das heißt hier liegt ihm sogar noch eine Weinflasche wo wird der nochmal verprügelt hier muss irgendwo eine Weinflasche liegen halt die Schnauze Derek du hast fast den Zickenkrieg verhindert ich hasse dich so ja 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 Ashley gehts dir gut dude can you believe Frank like I know my cousin is an idiot dickhead perv but Patrick means well it's just the alcohol getting to him Frank can't please keep your voice down you sound like they're like screaming at me ok 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 Leute das war es jetzt wirklich fürs Video ich weiß jetzt echt nicht wo die Weinflasche gelandet ist das ist blöd also scheiße jetzt ähm egal Leute das war ein ziemlich erfolgreiches Video oder habe ich die schon ne habe ich nicht egal so bis zum nächsten mal rdlp